Entspiel ich denn jetzt? Nein, der ist im blauen Arthas Er ist doch noch free Free Arschaladore Wie? Was? Hast du schon auf 5 jetzt? Ja Hat dir nur noch ein 8er gefällt Ich bin der reichen Dammit Wer fährt? Abbrechen Wer nimmt der Rechte? Ich Willi, was los? Such dir aus, ready? Ready? Frank, alles auf Selbstheilungsskill. Marcel, alles auf Fremdenheilungsskill. Nee, ich skill alles auf den Wasserdrachen. Einfach nur so. Auf den Wasserdrachen vor allem. Die Windschlange. Wasserdrache, okay. Die Intim und Stitches wird witzig. Okay, sie heißt Wolkenschlange, aber ist ja... Wasserdrache, Wolkenschlange. Wasserdrache ist nämlich die Ulti. Ja, was auch immer. Wisst ihr? Also, ich will euch was sagen. Was? Ihr wisst nicht, was euch erwartet. So, das Spielzeug hat Kälters. Oh. Ah. Anbelanadetschen, Lore. Oder was der, warum der immer schreit? Wir spielen auf den Spielen. Ich hab' dat, hara. Prozent er nicht dabei wird nach nur in Berlin die Wollung so wie bei der Tat allgemein Zuschauer aber vor allem nicht und und bei die vor allem selber auch der Gebener und sagt dann kommen die neue Folge weil er die Welt die Pläne ist und ich aktualisiert aber jetzt hast und er über 50 bis hast du jetzt auch die alte Generation mit Let's Plays jetzt kriegt 13 30 15 der hat aber eine ganz schön sexy mäßige Stimme Frank oder BuddyBot Buddy, okay Frank kommt mir nach oben verursachter Schaden wurde in Lebenspunkte umgewandelt richtig ja ich habe dem PDF eine Excel Tabelle geschickt der könnte es auch spicken ja ok aber zur Not alles was Heilung sagt Frank bleibt oben und Lili auch nach oben hier oben einer unten ach du Scheiße Alter mal schauen wie es läuft mit Kälter ist überhaupt nicht gut ey pass auf der guck auf sein Leben zum Vergleich ich habe 1060 ich habe 835 ich habe 4700 und mindestens minus 4000 richtig ne ne Abathur da Billi was stehst du da so nutzlos rum ich muss mich ganz langsam vorarbeiten ok das kannst du doch gar nicht skillen dass du so ganz langsam rollen kannst deswegen muss ich mich auch anders vorarbeiten ganz heimlich und still Billi ist der Sneaky Panzer den hörst du nicht mal anquietschen ich weiß jetzt echt nicht gerade wer da gerade gelacht hat ich ok ich nicht kein Rebuddy habt ihr beide gelacht? Kälter ausgehen Kälter ausgehen Kälter aus ich brauche mal einer haus weg Billi mit dem Schaden im Idealfall heimlich 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 ja ja alles cool ich glaube er will sich nicht rein haha gut gemacht gut gemacht das muss aber nochmal zurück bevor es viel los geht was er am besten auch mal Frank eigentlich auch wir haben alle kein Mana mehr oder zum Brunnen ich konnte noch zum Brunnen der war schon weg nur der Billi steht frisch und gut gelaunt vorne an Frank geh du dann unten mit Buddy rein ja unten ja ja was ist Anup wow ich bin tot genau nicht ich bin tot er rennt einfach vorbei das ist schön Aua 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 Die liegen nie weggeflogen. Ach, da liegt sie halt. Sammel, sammel, sammel. Oh, weia, jetzt will ich da wegrennen. Ja, das ist doch unger. Renn nach oben. Ja, jetzt kesseln sie dich ein. Ich hunger! Ein Blümchen! Oh, Greta. Seht mal, ein Blümchen! Wetter mich! Das wird wohl nix. Danke. Wir waren zu weit weg. Wollen wir leider nix machen. Keltas sagt grad, du müssen wir empfangen. Also, Keltas hat dich mal rengreißen. Oh, da müssen wir. Meiner! Wer hat denn noch auf den Tasten? Ich nicht. Wahrscheinlich billiges Laptop sein. Kann gar nicht sein. Ach, du Lübster. Kann auch sein, dass es von mir einfach nur lauter hört. Los, Willi! Nein! Oh, das war doof. Nein! Au! Deswegen läuft man aus dem Lila Zeug raus. Nein, wirklich! Ja, du hast es nicht gemacht! Ja, ich war auch gerade mit Heilen beschäftigt. Multitasking. Ja, kann ich nicht. Bin keine Frau. Hm, manche sind so, manche sind so. Oder du bist einfach nur ne ziemlich schlechte Frau. Ja, du bist einfach nur ne ziemlich schlechte Frau. Aber ne ziemlich. Hä? Die kriegt nicht so wunder... Fängt ja wieder an! Mit seinem Lieblingswitz. Ja. Hilfe! Boah! Machen wir Lager? Machen wir Lager hier? Ja, ich bin ja schon mal mittleren. Ja, ich bin ja schon mal mittleren. Geh auch da! Geh auch da! Du bist da unten. Mir will ja keiner helfen. Ich stehe voll schlecht. Au! Puh, Masse kriegt aufs Maul. Na. Alter, der frisst so viel Mana, der Witzkopf. Hast du nicht auch Mana rektes? Was geht also? Bei mir ist es eher das Problem. Kelters stirbt eher, als dass er, äh, oben geht. Okay, wir müssen unten. Äh... Pushen bringt dann nichts. Die Golems wurden gesiegt. Maaan! Vor allem die, die Golems wurden gesiegt. Der Golem wurde gesiegt. Jetzt sind beide tot. Lager, Mitte. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Keiner mag Heilung. Ich bin da. Hallo, Reina. Oh, der ist aber hart in uns reingereckt. Ja, auch. Bieter Kreis. Oh, tot! Wilde, du bist vom Turm angerufen, oder? Nee, du hast nicht. Oh, Wahnsinn, das war toll! Lili ist so awesome. Mach die Mauer kaputt, ich hock den da raus. Die Mauer, die eigentlich in Ruhe ist. Die Mauer, die eigentlich keine Mauer ist. Genau. Genau diese Mauer. Die Mauer muss weg. Genau diese. Nice, Kinder, nice! Na, der ist ein kleiner Bruder, ey. Leute, ich geh top. Geht doch! Okay, ich helfe euch, ich helfe euch. Ihr habt da keine Chance. Ja, ich hab kein Mauer mehr. Ah, jetzt kriegt er mich nicht mehr, dieses elende Vieh, Alter. Nice! Ich muss zurück. Ab in die Minions! Ich muss erstmal zurück. So, ein Schluck trinken, und dann geht los. Ach, scheiße, stimmt, ich hätte ja einfach am Boden liegen können. Ist ja schon alles weg. Oh, ne, gar nicht. Man, ich mach's doch. Ich bin die, die Knechti. Du hast doch noch mal drüber geredet. Gott. Hast du verpeilt, Alter. Ach, die Scheiße. Ja, scheiß Avatar, Alter. Absolut. Ich geh auch für Erschlag. Das macht voll Spaß. Komme. Ja, komm. Auf ihn. Hey, rettet mich. Hier, Billy. Aua. Ich wollte Billy mit meinem Fressen retten. Alter. Was ist dein gerade? Okay. Jaina und Keltas zusammen, tut schon weh. So ein bisschen. Alles ist hier weg, ja. Der ist noch Armeen. Äh, Buddy. Ich, ich, ich one-hit, äh, jetzt, äh, Dingens. Ich kann's ja aussuchen, weil du one-hitest sie so oder so, selbst mit vollem Leben. Hä? Wann ist der ja jetzt gestorben? Wann ist der gegen den Schick? Ach so, ja, stimmt. Und mein da oben ist das kleine Lager noch unterwegs. Okay, was, Buddy? Hm? Du machst mal gar keinen Schaden. Ja, er muss auf Fähigkeiten. Hast du nicht auf Fähigkeiten Stärke geskalt? Nö. Jetzt hast du einen Fehler gefunden. Ich brauch Hilfe. Oh, das war nicht so cool. Oh. Und lasst eure Wut freien Lager. Haben die raus? Nee. Die sind hier unten. Die gehen mir auf den Sack. Renn raus, René. Wie denn, wenn ich gestunnt wäre und nicht durchkomme? GG. Ey, Kettas und, äh, Anubarak mit denen gestunnt sind schon echt ätzend. Wollt das Lager. Wir wollen das Lager aufhauen? Okay, das wollt ihr das Lager eben nicht. Komm, 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 komm. Um. Kattnook. Oh, fuck. Kattnook. Oh, Gott, äh. Eines Noob-Team hier. Mhm. Das ist unser Pillow, ey. Der kann gar nichts. Kack. Verdammt. Der alle gegenseitig geblockt hat. Jawoll, nochmal. Da steht er wieder in der Wege. Du warst gestunnt. Nicht immer. Der ist wieder in der Wege. Da gucke ich hin, oh, wie eine Scheiße. Au. Nein. Das war nicht geplant. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh Aua! Mann, sind wir scheiße! Oh Mann, der hat ja überlebt, Alter. Oh, kackt! Weil du keinen Damage nimmst. Mhm. Das möchte ich bestätigen. So, jetzt können sie wenigstens nicht mehr so krass stunnen. Huuuuhhhh. So, du hast überlebt, Willi. Geht's hin. Krasser Typ, Alter. Wo sind wir? Jawoll. Bämst! Meeeh. Meeeh. Scheiß auf den Phönix. Ja, wir gehen eh durch. Ja. Jetzt kriegt er aber gut Damage. Oh, shit. Fangen wir auch. Krass gut. Oh, mein Führerschlag, folgt ihm! Hab sie hin, Führerschlag. Ah, wunderbar. So, jetzt können wir entspannt reingehen. Oh, ich hab das Bot. Gut. Jetzt müssen wir mal ganz schnell die Hunde, dann können wir das noch umreißen. So viel holen. So viel holen. Mach mal auf. Nein, 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 nein. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Was ist der Plan? Doch, ich mach mal von hinten. Ich mach mal von hinten. Genau. Ui, doch drauf geschissen. Ich mach mal von hinten. Ich mach mal von hinten. Ja, ich hab die Schild man. ein das war nicht mehr ein ich will mich nicht mehr fest ist ein Billion Lager aber wir haben 62 das ist schon mal gut das Volk war das geht jetzt und wir machen leider zu unserer zu unserem Golem alle hin und noch mal ja und sind aber weiter als weh ja ja wir sind weiter der Ding ne die sind weiter ja mit ihrem Golem ja aber die haben wir nur auf dem Reis sie sind 62 oder viel starker ja trotzdem muss der verteidigt werden ja ich verteidige den gut aber erstmal was Lager in der Mitte also du kannst direkt zum Golemen toll da sitzt du schon wieder ja Billion du wirst das überleben Billion dann ist alles cool das war Style ne ja das war mehr als Style das war mehr als Style und das Geld nee das war nicht auch krass ich wollte gerade auch irgendwas mit Style und das Geld bringen ähh Abatur Keltas und der Golem Push Hiiii Auffang schnell weg komm mit komm mit ah die sind hier oben bei uns schaffe ich nicht ich bin betäubt jetzt bin ich tot Badi gut mach den denn ne ne Badi ist doch gar nicht tot sorry gut Badi ist mal klar klar könnte gleich gefährlich werden für uns oh oh sie kommt schnell und runden lang komm zu uns Leute jetzt hab ich kein Mal noch ja warum gehen wir dann rauf ja warum gehen wir dann rauf boah ich hab den angehütet ach du wolltest nicht gesehen werden ne ja das hat dumm Aaaaaaah jetzt wenn ihr immer durch diese scheiß Minen abbaut komm 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 guau mach das einfach alleine er gewinnt uns das Spiel ah man ah ist gut getarnt am Gras weißt du er ist ja nicht getarnt wenn er am gräbt wird er nicht getarnt ach so ja greift an ist getarnt greift an ist getarnt ne auch nicht das ist ein Zeitfenster von 0,5 Sekunden ja und er ist so schnisch Meister kleiner Lust auf mehr kleiner Lust auf mehr ooooh dann haben wir ja mal richtig Damage gekriegt Suki mhm nützt ja mal oh das ist schön alter der soll mit diesem Anug los soll mal sterben gehen kleine what kala aggressiv komm wir müssen unten rein 1 Mote wieder hier drin oh jetzt bin ich hier vorne raus gerannt scheiße das kommt davon wenn ich auf die Map guck ich heil mich ich heil mich ah scheiße da lauf ich automatisch unten hin und er läuft vorne aus dem Tor aus der Trottel öffnung der den der 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 eigentlich alles buddy sehr intelligent war es der der das war es dann wohl glaubt ihr in den Bus und alles ist cool okay guck mal hier ist irgendwo ein Nest von Ava 2 irgendwo 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 irgendwann vielleicht steht er hier auch irgendwo Frank die Ulti war scheiße da ist er ja er kommt von dahinten so also ja gg 63 zu jetzt sind wir weg von bei den bei den bei den bei den anderen oder das ist jetzt unser last 2 wir haben uns hängt alles das ist ja eh gleich vorbei die Gott sei Dank war nicht nur normale Spieler keine ja in der Liga hätten wir aber auch äh vernünftiges Teamsetup schon beim ersten Spiel gehabt keine Zeit her wobei ist ja auch schon auf genug vorgekommen was die heute sehen wie man gespielt genau das kann man ja auch mal zeigen lernen wir mal was in diesem Spiel muss ja auch mal ein schlechtes Beispiel sein mhm deswegen spielt Marcel mit ich finde mich witzig ja ich finde mich auch witzig ich finde dich nicht witzig ja ich finde dich nicht witzig ja ich finde dich nicht witzig merkst du was? du bist ne kleine Uwe hab ich irgendwie auch gelegt so Wadi wir können das mal treffen ich will du deinen ganzen Schaden raushaus fangen Kuroschlag! Gibt es überhaupt auf den Golem? Wird mal probieren ja soviel zum Thema vollen Schaden erstmal die HLT anmachen ja full damage und jetzt? yeah alle 5 drauf immerhin ah ich hab's schon wieder vergessen so hiermit verabschieben wir uns tschö tschö ja ja